Auf die anderen Fliesen, bitte. Was ist das? Das ist die Fliesen. Das ist die Fliesen. Das ist die Fliesen. Nicht so über die Fliesen ziehen. Es gibt keine Zahlen. Das ist die Fliesen. Die Fliesen. Das ist die Fliesen. Herr Ant Financial. Die Fliesen ist für Wochenst!" Na, die Fliesen ist alles im Internet. Was? Hm, ein bisschen. Die kleine Platte hinten ist auch zu hoch. Ja, guck mal her, was haben wir gemacht? Oder? Wann passt sie? Nein, lass sie, wenn sie passt. Wenn sie passt, nicht mehr auf rumhängen. Nein. Guck mal her, auch mal so die Wasserwaage halten. Genau so, das muss ja auch passen. Passen? Okay, gerade? Ja. In der Mitte? Auch in der Mitte? Überall kommt, dass gleich einigermaßen guter Abschalt ist, okay? Ja, auch. Passt. Jetzt festschen nicht mehr drauf, wenn man sie macht, sie ja los. So, okay, der war nicht. Nein. Ja, dann für die nächste wirst du keinen Laien mehr haben. Muss ich ja schon machen. Ja, guck mal, bitte auf. Komm, komm komm. Wir können alle jetzt kreibern, okay? Nicht, nicht, nicht. Schau mal her. Das hier. Das hier. Das ganze Brot raus. Nicht immer hier und her setzen. Lass sitzen. Es hätte aber kein Lamm für. Und da außen sollst du nicht immer so viel Kleber hinmachen. Nehmt die Kelle. Da haben wir die Wachtel. Ein bisschen weg. Ich hab noch etwas was für ein Stück Leib. Okay? Okay. Ein ganz besser, als ich ein Stück leib. Ich bin hier nicht. Die Klau haben wir gemessen. Guten Tag. Ich habe immer diese Klauera. die Ich gebe euch noch ein paar Minuten. Ich gebe euch noch ein paar Minuten. Das war's für heute. ja 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 Wir haben hier eine Einwarteile. Schnellen wir uns. Hier ist die Einwarteile. Wir haben die Einwarteile. Das ist ein Warteil. Wir haben hier ein Einwarteil. Das ist ein Warteil. Jetzt soll ich ganz genommen, wie der Sandgang bin, jetzt kann ich auch auf. Guck mal her, entweder ich muss da alles kurz schneiden oder wir setzen da an, so eine lange. Oder wie willst du es haben, oder da wieder ein kurzes Stück, wie willst du es haben, sag es mir. Einer Furt oder was? Bis hier, ne? Wir müssen jetzt wieder da anfangen. Und für da gibt es noch eine. Mach mal eine hier. Ja. Soll ich jetzt da alle kurz reinschneiden oder soll ich die kurz schneiden, damit wir da reinmachen? Machen wir diese Furt besser. Und dann ist das mit lange weitermachen. Ja. Ja. Vielen Dank. Schüner! Ja. Oh. Die Karte. Wie gesagt. Sie sind nicht alle! Ja. Was machen wir hier? Und ich muss da ein Eck ausschneiden. Ja, gut. Oh ja. Ich bete mir noch einen Abend. Es dauert einen Moment, ich muss zweimal noch... Ich mache einen Kohl. Ich mache einen Kohl. Okay. Nein, aber wir müssen die Klepp hier unten sauber machen, damit es hier unten kommt. Okay, ich zeige noch einmal. Baut doch. ja ja ja